Die Wissenschaft kann jetzt den größten Forschungsprojekt aller Zeiten, den Urknall, simulieren. Stimmt auch was nicht. Was wir wissen ist, dass weltweit fünf Satelliten, das hier auch noch mal gerissen wurden. Wie es aussieht, dann in eine so gigantische Dichte erzeugt, dass ein schwarzes Loch entstanden ist. Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das heißt also, dass Handys, Computer, Autos unbrauchbar werden. Es gibt nur wenige Verbindungen zwischen Nord- und Süddeutschland. Das Experiment ist außer Kontrolle geraten. So ein scheiß Experiment muss man doch stoppen können. Deutschland, wie wir es kennen, hat aufgehört zu existieren. Wir werden alle sterben! Erst Berlin, dann Hamburg, dann Frankfurt. Janne! Und du schaffst es. Was kann ich denn bitte tun? Viel mehr als du denkst. Helden, wenn dein Land dich braucht. Am 3. Oktober.